Hallo, herzlich willkommen wieder zu einem Ausschussreport. Hier hat heute in diesem Saal vor kurzem noch der Ausschuss Digitale Agenda getagt. Wir hatten heute zwei größere Themen. Das erste, bisschen sperrig, war das Thema IT-Konsolidierung des Bundes. Ich erkläre gleich, was es damit auf sich hat. Und das zweite Thema ist ein Antrag von uns, von der Linksfraktion, der nennt sich Öffentliches Geld gleich Öffentliches Gut. Ich will euch zuerst von dem zweiten Thema erzählen, von Öffentliches Geld. Gleich Öffentliches Gut. Ich habe diesen Antrag vorgestellt. Wir fordern, dass alles, was mit staatlichen Geldern, also im Prinzip mit unser aller Geld, mit Steuergeldern finanziert ist, auch der Allgemeinheit zur Verfügung stehen soll. Und zwar egal, ob es sich um eine Software handelt, die mit Steuermitteln entwickelt worden ist. Egal, ob es sich um Forschungsergebnisse handelt, die mit Unterstützung von Bundesmitteln finanziert worden ist. Egal, ob es sich um Bildungs- und Lehrmittel handelt, die entwickelt worden sind mit Steuergeldern und so weiter und so fort. Das reicht von Digitalisierung von Kulturgütern, zum Beispiel, was in Museen und öffentlichen Bibliotheken herumliegt, und geht noch ganz, ganz weit. Wir wollen auch das ganze Thema Open Data damit erfassen. Also alles, was an Informationen in der öffentlichen Verwaltung anfällt und gesammelt wird, wieder mit Steuergeld, schon von uns bezahlt. Das soll auch maschinenlesbar jedem für jede Art von Nutzung zur Verfügung stehen. Dafür darf es nur zwei Ausnahmen geben, nämlich wenn es sich um personenbezogene Daten handelt, logisch, oder wenn es sich um sicherheitsrelevante Daten handelt. Sicherheitsrelevant ist zum Beispiel, wo befindet sich morgen Angela Merkel um 10 Uhr? Oder was ist morgen ihr Tagesablauf? Übermorgen ist das gar kein Problem mehr, weil dann ist es nicht mehr sicherheitsrelevant. Dann kann ich auch erfahren, was der Tagesablauf von Angela Merkel morgen war. Zu Gast von der Bundesregierung war Peter Batt, Abteilungsleiter im Bundesinnenministerium für das Thema digitale Gesellschaft, der uns erzählt hat, was der Status quo zu Open Data ist. Da gab es sogar mal eine positive Überraschung. Ich habe mich nämlich bisher immer unendlich darüber aufgeregt, dass das wirklich schlechte aktuelle Open Data Gesetz erst Ende dieser Legislatur, also 2021, evaluiert werden soll und erst danach, also in der nächsten Legislatur, ein Update zu diesem Open Data Gesetz geschrieben werden soll, in dem dann hoffentlich dieses Open by Default verankert wird. Das hat er heute korrigiert. Peter Batt hat uns erzählt, dass bereits jetzt eine Evaluierung stattfindet und dass die in einem Eckpunktepapier einfließen soll, das Ende des Jahres fertig sein soll und dann soll direkt der Startschuss gegeben werden für einen neuen Referentenentwurf für ein besseres Open Data Gesetz. Hoffen wir mal, dass das so ist. Alle unsere anderen Forderungen wurden nicht eins zu eins unterstützt, aber so ist das nun mal. Wir sind nicht in der Bundesregierung und die tun leider nicht immer das, was wir gerne wollen. Und jetzt zum angekündigten, sperrigen Thema IT-Konsolidierung des Bundes. Was heißt das eigentlich? Das ist das größte Digitalprojekt der Bundesregierung. Wurde 2015 beschlossen, sollte zehn Jahre gehen bis 2025. Und nach einigen Jahren immerhin schon, Ende 2018, hat man sich das nochmal angeguckt und hat, oh Wunder, festgestellt, dass die Kosten so BER-mäßig explodiert sind und voraussichtlich zweieinhalb Milliarden an Mehrkosten anfallen sollen. Damit man ein bisschen verstehen kann, worum es eigentlich geht, die Ziele dieses Projektes sind, diesen unendlichen Zoo, zum Beispiel aus unterschiedlichen Softwareanwendungen für die gleiche Funktion, stellt euch also vor, 20 verschiedene E-Mail-Systeme für E-Mail, diesen Zoo zu vereinheitlichen, es damit übersichtlicher zu machen, preiswerter zu machen und einfacher zu pflegen. Man wollte auch nicht mehr, dass überall die unterschiedlichsten Formen von Hardware unterwegs sind, vor allem Steinzeit-Hardware. Wir haben das über eine kleine Anfrage ja mal abgefragt und haben erfahren, dass in Bundesbehörden teilweise Server in Betrieb sind, für die seit zehn Jahren gar keine Wartung mehr gibt, ein absolut unverantwortliches Sicherheitsrisiko. So etwas möchte man damit also auch abstellen, indem ein bisschen vereinheitlicht wird, was man hat und vor allem, wer das betreibt, also in welchen Rechenzentren das rumsteht. Soll nicht mehr unendlich viele davon geben, sondern es sollen nur noch zwei Dienstleister geben, die sich darum kümmern. Diese Dienstleister haben dann leider wenig miteinander geredet, haben tausend Doppelarbeiten gemacht und am Ende hat leider irgendwie so gar nichts funktioniert, auch nicht das Controlling und deswegen gab es dann Medienmeldungen, die gesagt haben, der größte Fail ever geht total in die Hose, wird völlig scheitern und ein bisschen dachte das auch die Bundesregierung. Deswegen hat man jetzt nochmal den Reset-Knopf gedrückt. Man setzt es komplett nochmal neu auf, man fängt nicht ganz von vorne an, man verteilt aber die Verantwortung neu, man nimmt ganz viel von den Plänen raus. Man hat heute mehrfach gesagt, man will die Komplexität reduzieren und damit will man sicherstellen, dass es überhaupt irgendwann ein Ergebnis geben soll. Ich habe mal nachgefragt, ob wir die Meilensteine, die jetzt irgendwie anders sind und wann man welche erreicht, ob wir diese Übersicht bekommen können. Die kriegen wir zugeschickt und ich habe auch nachgefragt, es wurde uns nämlich erklärt, dass für gleiche Funktionalitäten nur noch maximal zwei Softwarelösungen zur Verfügung stehen sollen, wie man die zwei denn auswählt. Nehmen wir mal an, ich habe ein Zoo aus zehn verschiedenen Anwendungen, wie wähle ich die zwei aus, die ich behalte? Und ich habe gefragt, wird eines der Auswahlkriterien sein, dass es sich um eine Open-Source-Anwendung handelt? Die Antwort war, leider nein. Das ist bisher kein Auswahlkriterium, aber man hat gerade ein Projekt laufen, das nennt sich Herstellen der digitalen Souveränität oder so ähnlich. Und da hat man festgestellt, dass man komischerweise eine sehr große Abhängigkeit von ganz bestimmten monopolistischen Softwareanbietern hat und dass man das eine blöde Idee findet, weil absehbar ist, dass die einen zwingen, dass man Sachen, also Bundesdatengeschichten, in eine öffentliche Cloud reinstellt. Das ist mit den Sicherheitsanforderungen der Bundesregierung nicht vereinbar. Also braucht man dafür eine andere Lösung. Und deshalb denkt man jetzt vermehrt über Open-Source nach, ist aber gar nicht Teil dieser Überlegungen, die da im IT-Konsolidierungsprojekt stattfinden. Ich habe auch gefragt, ob es eigentlich ein Lebenszyklus-Management für Hardware und Software gibt, damit genau das nicht mehr passiert, was meine kleine schon erwähnte Anfrage zutage gebracht hat. Nämlich, dass man IT im Betrieb hat, für die es keine Wartung mehr gibt. Mir wurde gesagt, ein Lifecycle-Management gibt es bei den künftigen zwei einzigen Dienstleistern für die Bundesregierung, leider aber nicht bei den anderen Bundesbehörden und leider ist es auch nicht Teil des Projekts. Das ist total schade. Ich habe auch gefragt, ob es eigentlich inzwischen ein Inventar gibt, also eine Übersicht, wo man sehen kann, was gibt es denn überhaupt in Hardware und Software. Gibt es leider auch nicht, wird es auch nicht ganz geben. Man versucht natürlich, da mehr Transparenz zu bekommen. Teilweise wird man die auch erhalten, weil man nämlich sogenannte Infrastructure-as-a-Service anbieten will. Das heißt, dass es zentrale Rechenzentren gibt und da dann bestimmte Fachanwendungen laufen sollen, dann sehe ich natürlich in diesen Rechenzentren, welche Software irgendwo läuft und sehe auch, welche Version die hat. Also mehr Transparenz wird es geben, aber nicht die, die es eigentlich braucht. Ihr seht also, wie immer, wenn es um Digitales und die Bundesregierung gibt, gibt es viel Kritik zu äußern, viele Dinge, die nicht so laufen, wie sie sollten, aber es gab auch vereinzelt positive Nachrichten heute zu hören. Ich hoffe, es war jetzt für euch, trotzdem es etwas länger war als sonst und ein bisschen sperriger war vom Thema her, trotzdem interessant. Ich hoffe, ihr guckt wieder rein. Beim nächsten Digital-Ausschuss gibt es einen neuen Ausschuss-Report. Bis zum nächsten Mal.